Der Beginn und Hauptgrund für die Meinungsverschiedenheit bei der Thematik Iman Eine der ersten Meinungsverschiedenheiten in den Grundlagen der Religion, die unter den Muslimen auftrat, war bei dem Thema Iman. Es wurde gesagt, wer den Iman nicht versteht, wird den Kufr auch nicht verstehen. Und eine gefährliche Neuerung im Islam war die Neuerung der Khawariju, vor denen der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bereits vor ihrem Erscheinen warnte. Die Grundlage ihrer Neuerung und Irrlehren lag in der Festlegung und Bestimmung des Iman, da sie die Ansicht vertraten, dass das Begehen von großen Sünden Unglaube sei. Als Beweis führten sie unter anderem folgenden Vers an. وَمَيْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Und so erklärten sie viele Muslime, aufgrund von großen Sünden, die einen nicht aus dem Islam befördern, zu Ungläubigen und bekämpften sie. Und auf der anderen Seite entstand eine andere Sekte, deren Gefahr nicht geringer ist als die der Khawariju, die Sekte der Murjia mit all ihren Untergruppen. Sie übertrieben in der Festlegung des Iman und behaupteten, dass der Iman durch Taten und Aussagen, selbst wenn sie großen Unglauben beinhalten sollten, nicht zunichte gehen wird, solange man diese Taten und Aussagen nicht als erlaubt erklärt oder mit dem Herzen daran glaubt. Manche von ihnen sagten sogar, dass der Iman immer gleich bleiben würde und es keinen Unterschied zwischen dem Iman der Propheten und dem Iman der Sünder gibt. So sagten sie zum Beispiel, wahrlich, der Iman der Menschen ist gleich. Und manche Murjia sagten sogar folgendes, der Iman von Iblis und Abu Bekir es-Siddiq ist gleich. Denn Abu Bekir sagte, O mein Herr, und Iblis sagte, O mein Herr. Die Murjia entstanden um das Jahrhundert nach der Hijra, nach der Erscheinung der Khawariju und Mu'tazila, als eine Art Gegenreaktion auf sie. Die Khawariju vertraten die Ansicht, dass derjenige, der große Sünden begeht, ein Ungläubiger ist und für immer in der Hölle verweilen wird. Und sie erklärten unter anderem Ali und Uthman, möge Allah mit beiden zufrieden sein, zu Ungläubigen. Die Mu'tazila dagegen sagten, dass derjenige, der große Sünden begeht, sich zwischen den zwei Rangen befindet und dass er im Jenseits für immer in der Hölle verweilen wird. Die Murjia hingegen behaupteten fast genau das Gegenteil von dem, was die Khawariju und Mu'tazila vertraten und sagten, Derjenige, der eine große Sünde begeht, ist stets ein geretteter Gläubiger, der nicht bestraft wird. Und sie wollten somit eine Art Frieden und Versöhnung mit allen Sekten und Gruppierungen schließen. Und sie behaupteten, dass alle Muslime einen vollständigen Iman haben und gerettet sind und man durch das Begehen von bestimmten Taten keinen Unglauben begehen kann. Der Unglaube sei nur auf die Aussage oder dem Herzen beschränkt. Und das widerspricht der Ansicht von Ahlu Sunnah, welche besagt, dass der Unglaube sowohl mit innerer Überzeugung als auch mit Wort, Tat oder Unterlassung zustande kommen kann. Der Hauptgrund für die Erscheinung der Murjia und des Irjia liegt also an der Übertreibung einiger Gruppen in Bezug auf das Urteil auf manche Muslime und die Erklärung einiger Sahaba und anderer Muslime zu Ungläubigen. Und so erschien die Murjia als eine Art Gegenmaßnahme. Ahlu Sunnah dagegen sind in der Mitte zwischen diesen zwei falschen Lehren. Sie folgen weder dem Weg der Übertreiber noch dem der Untertreiber. Als diese Sekten und Gruppierungen erschienen und die Gelehrten unter den Altvorderen und Ahlul Hadith ihre Gefahr erkannten, warnten sie vor ihnen und schrieben zahlreiche Widerlegungen. Imam Ibrahim al-Nakhai, gestorben 96 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte, Ihre Heimsuchung ist furchteinflößender für diese Gemeinschaft als die der Azariqa. A'ta ibn al-Sa'ib sagte, ich sah Ibrahim gegen keinen der Leute der Neigung härter vorgehen wie gegen die Anhänger des Irjia. Imam Qatada ibn al-Di'amah, gestorben 124 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte, der Irjia trat erst nach der Niederlage von Ibn al-Ash'ath auf, Imam Ibn al-Shihab al-Zuhri, gestorben 124 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte, es wurde keine schlimmere Beda'a im Islam eingeführt, die schädlicher für die Leute ist als der Irjia. Imam Sa'id ibn al-Jubeir, gestorben 95 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte zu Imam Ayyub al-Saktayani, habe ich dich etwa mit Talq sitzen sehen? Er sagte, ja, doch, was soll denn mit ihm sein? Er sagte, setze nicht mit ihm zusammen, denn er ist ein Murji. Imam Ahmed ibn Hanbel, gestorben 241 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte, es gefällt mir nicht, dass der Mann mit dem Murji verkehrt. Was würde Imam Ahmed wohl sagen, wenn er heute leben und die zahlreichen Murji und ihre Bewunderer sehen würde? Imam al-Bukhari, gestorben 256 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmhertig sein, sagte, ich habe Hadithe von über tausend Gelehrten niedergeschrieben und schrieb nur über jene nieder, die sagten, der Iman ist Aussage und Tat und ich habe über keinen niedergeschrieben, der sagt, der Iman ist Aussage. Die Definition des Begriffs Iman bei Ahlu Sunna wal Jama'ah. Der Iman bei Ahlu Sunna wal Hadith wird unter anderem wie folgt definiert. Die Überzeugung mit dem Herzen, die Aussprache mit der Zunge und das Verrichten der Taten mit den Körpergliedern. Er beinhaltet also diese drei Punkte und Bestandteile. Erstens, Überzeugung mit dem Herzen. Zweitens, Aussprache mit der Zunge. Drittens, das Verrichten der Taten mit den Körpergliedern. Der Iman ist von daher nur dann vollständig und richtig, wenn diese drei Säulen vorhanden sind. Imam ibn Taymiyyah, gestorben 728 nach der Auswanderung. Möge Allah ihm barmherzig sein, sagte, zu diesem Kapitel gehören die Aussagen der Altvorderen und der Imame der Sunna in Bezug auf die Erläuterung des Iman. Manchmal sagen sie, er ist Aussage und Tat. Und manchmal sagen sie, er ist Aussage, Tat und Absicht. Und manchmal sagen sie, er ist Aussage, Tat, Absicht. und die Befolgung der Sunna. Und manchmal sagen sie, er ist Aussage mit der Zunge, Überzeugung mit dem Herzen und das Verrichten der Taten mit den Körpergliedern. Und gemeint ist hier, dass derjenige von den Altvorderen, der sagt, der Iman ist Aussage und Tat, so meint er damit die Aussage des Herzens und der Zunge und die Tat des Herzens und der Körperglieder. Imam ibn Taymiyyah, gestorben 700, 151 nach der Auswanderung, möge Allah ihm barmherzig sein, sagte, der Iman ist Aussage und Tat. Die Aussage ist Aussage des Herzens und der Zunge und die Tat, die Tat des Herzens. und die Tat, die Tat, von오 внут und darin. Vielen Dank.